Alles weitere obliegt mir, sagte sie. Okay, die Steine versperren mir doch nicht den Weg. Alles weitere obliegt mir. Ich bin gespannt, ob ich hier überhaupt noch lebend rauskomme. Ich habe so viele Herzen verloren und ich habe auch doch ein bisschen was. Ein paar Herzen habe ich wieder aufgebaut, drei fehlen mir an der Zahl. Dass er die Bosse aber jetzt nochmal heraufbeschwört, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Wie bedauerlich. Diese Welt war schon der Dunkelheit geweiht, doch ein schreckliches Licht legte sich über sie. Sie blieb mir nur so von Feiglingen, denen nichts teurer ist als ihr alberner Frieden. Früher war das anders. Wohin man auch sah, loderte der Kampfgeist. Aber wieder hier dafür rum. DER 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 Doch nun werde ich der Welt ihr altes Antlitz zurückgeben. Ich werde sie nach meinem Willen formen und beherrschen. Wie es einem König gebührt. Seh ganz genau hin. Der wahre König ist zurück. Seine Welt wird heute neu erschaffen. Okay, okay. Beruhig dich, alter Mann. Oh, shit. Ist das schon alles? Oh. 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 Komm schon. Alter Mann. Du spielst mit unfairen Mitteln. Okay. Nein, keineswegs. Keineswegs habe ich Angst vor dir. Die Hände aus deinem Miasma haben mir mehr Angst gemacht, alter Mann. Was ist, hast du ein Hieb genügt? Oh oh. Was haben wir denn noch Schönes für dich? Weg mit dir! Weg! Na komm schon. Oh, wie sehr habe ich es vermisst. Der Rausch der Schlacht bringt mein Blut zum Brodeln. Doch es war nicht mehr als ein bloßes Vorgeplinkel. Jede Faser meines Körpers dürstet nach noch gewaltigerer Macht. Okay. Kriege ich meine Herzen jetzt auch noch zurück, oder? Jo, okay. Ja, geh doch außerhalb des Bildschirms. Nun trittst du von ihren Blumen an. Und diesmal wirst du mir als nur deinen Kerl geben. Okay, aber definitiv das jetzt nicht in dieser Rüstung. Leute, er ist richtig sauer. Du, Link! Ich helfe dir! Du, Link! Ich helfe dir! Du, Link! Ich helfe dir! Du, Link! Mach diesen Dämonenkönig fertig! Link! Verzeih die Verspätung! Wo? Link! Gemeinsam besiegen wir ihn! Aaaaah! Das hoffe ich doch. Inständig. Ich brauche noch meinen Bogen. Er ist zu Ende! Kann ich zum Hilfe fragen? Jawoll! Kann ich zum Hilfe fragen? Okay, sehr gut. Ein Phantom ist schon mal weg. Ein Phantom ist schon mal weg. er ist auch verdammt schnell er ist verdammt schnell noch irgendwas zum spurten habe ich ich muss dieses phantom noch weg kriegen das ist glaube ich schon weg was ist los alter man er provoziert okay was ist das denn jetzt okay nein 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 er ist schon wieder wir kommen das gibt es doch nicht irgendwas passt ihm nicht auf geht's ja 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 Habe ich noch irgendwas anderes? Habe ich noch etwas anderes? Es verbleiben nicht mehr viele Herzen für mich, Freunde. Okay. Es wird langsam eng. Es wird langsam eng. Habe ich noch irgendwas anderes zu futtern? Ich hätte noch ein paar mehr Sonnenfleckchen machen sollen. Ich kann gar nichts mehr machen. Es hilft mir gar nichts mehr. Das wird ein Spaß. Aber sehr guter Move. Aber er ist ausgewichen. Kommt, Mann. Kommt, es fehlt nicht mehr viel. Vier Herzen. Drei Herzen. Drei Herzen. Versuch, muss aber im Fernkampf. Zwei Herzen. Auf geht's. Drei Herzen. Nein, 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 nein. Oh, God! Ah, shit. Ein Herz nur noch. Oh Gott, ich hab nur ne Fee. Ich hab ne Fee. Oh Gott. Unmöglich das. Nicht ein Beig wie du besiegt. Mein Fleisch und auch mein Geist, sie sind mir gleich. Verpreise ich euch mit in mein Verdamm. Die Verfinsternis von Pyrenees Event auf Allentide. 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 Die Verfinsternis von Pyrenees Event auf Allentide.